Ja, vielen Dank. Immer in Bewegung. Das passt ziemlich gut auf die digitalen Nomaden. Was sind die überhaupt? Was machen die? Digitale Nomaden sind alle Leute, die ortsunabhängig leben und arbeiten. Die also wie die klassischen Nomaden von Ort zu Ort ziehen, immer dahin, wo es sich gerade gut leben und arbeiten lässt. Digital deswegen, weil sie ihr Geld eben mit digitalen Produkten und digitalen Dienstleistungen verdienen. Wenn man jetzt dieses Bild hier sieht, sieht es auch ziemlich traumhaft aus. Lässt sich am Strand sitzen, ein bisschen am Laptop arbeiten, nebenbei Geld verdienen. Das Foto ist extra für ein Printmagazin entstanden, um eben dieses typische Klischee-Bild zu präsentieren. In Wirklichkeit arbeitet so kein Mensch. Es ist denkbar ungeeignet. Die Sonne scheint auf dem Display, man sieht überhaupt nichts. Sand kommt überall auf die Tastatur und es gibt auch in der Regel keinen Strom und auch kein Internet am Strand. Aber bevor ich erkläre, wie und auch was digitale Nomaden denn jetzt wirklich arbeiten, einmal zurück zum Anfang. Dieses ganze Thema, digitales Nomadentum, ist hier bei uns ungefähr seit 2014 ein wirklich großes Thema. Da gab es die erste DNX. Das war die erste Konferenz für angehende digitalen Nomaden. Es hat eine sehr große Faszination ausgeübt, vor allem auf junge Leute. Das ist seitdem ein wirklich großes Thema. Und inzwischen gibt es auch weltweit Veranstaltungen, diese DNX weltweit und auch sogenannte Workations, was man hier auf dem Bild sieht. Eine Workation ist, wo digitale Nomaden sich eben treffen, an einen Ort zusammenreisen, sich da ein Apartment mieten, ein Bungalow mieten und dort vor Ort dann zusammenarbeiten, sich austauschen. Es gibt meistens auch noch Vorträge, Workshops und ein Freizeitprogramm, was zusammen abgehalten wird. Also generell ist es vor allem für junge Leute eben gerade sehr, sehr spannend, sehr attraktiv. Es gibt eine sehr große und sehr gut vernetzte Community in diesem Bereich. Wenn ich sage, auf der ganzen Welt, dann ist das auch wirklich so. Ein sehr beliebtes Land ist Thailand. Da gibt es sehr viele, vor allem Chiang Mai. In der Stadt ist das richtige Hotspot, gerade jetzt im Winter, für die digitalen Nomaden. Aber es gibt genauso Nomaden auch in Kolumbien, in Spanien, in Frankreich, Neuseeland, wirklich überall auf der ganzen Welt. Berlin im Sommer durchaus. Jetzt im Winter ist, da ist hier keiner mehr, es ist so kalt. Und wonach sucht der Nomade sich entsprechend den Ort, das Land aus, an dem er jetzt temporär leben und arbeiten möchte? Man kann sagen, es ist ungefähr von fünf Faktoren abhängig. Natürlich auch sehr persönlich sind, wo es sehr persönlich variiert. Aber generell ungefähr fünf Faktoren. Ganz wichtig, Internet natürlich. Also wo habe ich Internet, wo habe ich Netz-Internet? Gibt es Cafés, in denen ich mich lange aufhalten, in denen ich lange arbeiten kann? Gibt es sogenannte Coworking Spaces, in denen ich, das sind so Bürogemeinschaften, wo ich mit anderen Nomaden oder anderen Gleichgesinnten mich treffen kann, da vor Ort arbeiten kann und eben da auch meinen Tag verbringen kann? Das als ersten und sehr wichtigen Punkt. Als zweiten Punkt natürlich auch die Wohnsituation. Also wie gut kann ich in dem Land leben? Wie günstig kann ich in dem Land leben? Da mal so als Hausnummer in Chiang Mai zum Beispiel kann man in so einem Apartmentkomplex ein relativ kleines Einzimmer-Apartment mieten mit Pool, also mit Zugang zum Pool, Gemeinschaftspool, mit Wasser mit drin, Bettwäsche für ungefähr 160 Euro im Monat. Das einfach mal so als Hausnummer. Dann als dritten Punkt natürlich generell die Lebenshaltungskosten, also vor allem das Essen. Wie gut kann ich vor Ort auch die lokalen Speisen testen? Wie günstig kann ich vor Ort eben generell leben und mich da aufhalten? Als vierten Punkt, ich habe es eben schon angesprochen, auch natürlich das Wetter. Also die typischen Nomaden sind einfach da, wo es warm und wo es sonnig ist und im Winter in der Regel dann eben nicht mehr hier. Und damit einhergehend als fünften Punkt die Freizeitmöglichkeiten. Also natürlich hier auch sehr persönlich, aber viele gehen zum Beispiel gerne surfen oder machen gerne Yoga. Entsprechend wird halt das eben auch mit als Faktor genommen, um das Land, um den Ort auszuwählen. Also Internet, dann generell Wohnung, Lebenshaltungskosten, Wetter und Freizeitmöglichkeiten. Das so als Faktoren. Man kann auf jeden Fall auch sagen, dass der Punkt Geo-Arbitrage mit reinspielt. Also Arbitrage ist das Ausnutzen von Preisunterschieden. Das heißt, die Nomaden leben an einem Ort, an dem es sich eher sehr günstig leben lässt und haben aber meistens Kunden, die sehr gute Löhne bezahlen und nutzen eben dieses Preisgefälle auch ein bisschen für sich aus. Jetzt habe ich ja vorhin schon gesagt, dass eigentlich eher wenig direkt am Strand gearbeitet wird. In der Regel sieht es eher so aus, sehr verschiedene Möglichkeiten. Viele arbeiten eben bei sich, wirklich im Apartment oder eben auf der Terrasse von dem Apartment, in Coworking Spaces, was man hier unten links und oben rechts sieht oder eben, wo sie gerade sind. Auch mal im Auto oder im Flugzeug oder im Flughafen. Es wird eigentlich überall geachtet, wo es eben WLAN gibt. Was arbeiten digitale Nomaden denn jetzt? Auch da gibt es sehr viele verschiedene Formen, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, dieses Lebensmodell überhaupt führen zu können. Viele starten als Freelancer in diesem Bereich und da vor allem als virtuelle Assistenten oder in der Social-Media-Beratung, bei der Suchmaschinenoptimierung, als Texter, Grafiker, Programmierer, alles, was mit dem Laptop eben machbar ist. Einige haben ihr eigenes Unternehmen oder haben eigene Produkte, die sie vertreiben, zum Beispiel Online-Kurse oder E-Books, zum Beispiel zu den Themen Bloggen, Fotografie, Videoerstellung, alles in diesem Bereich. Und einige sind sogar angestellt. Also man muss gar nicht zwingend selbstständig sein, um eben dieses Leben so führen zu können. Es gibt auch einige weniger, aber es gibt sie, angestellte digitalen Nomaden. Das ist dann in der Regel so, dass es regelmäßige Skype-Calls gibt, wo sich abgesprochen wird, was sind die nächsten Tasks, was machen wir als nächstes mit dem Chef, mit den anderen Kollegen zusammen. Dann arbeitet eben jeder an seinen Sachen, verrichtet seine Aufgaben, wird wieder sich ausgetauscht, meistens über Skype, über andere Tools, die man da nutzt. Und entsprechend arbeitet man eben schon zusammen, ohne wirklich an einem Ort zu sein. Also auch das funktioniert auf jeden Fall. Fest steht auf jeden Fall, auch digital Nomaden arbeiten eher 40 oder 50 Stunden die Woche und keine vier. Also der Ort ist ein anderer, aber die Arbeit ist genau gleich. Also es müssen genauso Kunden betreut werden, es müssen genauso Fristen eingehalten werden. Es kann genauso auch echt harte Arbeit sein, wie hier bei uns in Deutschland auch. Und wenn man jetzt an so einem Ort arbeiten soll, ist das nicht immer einfach. Alle anderen gehen surfen, man selber sitzt da und muss jetzt irgendwie die Präsentation fertig machen oder was für den Kunden fertig machen. Deswegen ist auch Selbstdisziplin ein sehr großes Thema bei digitalen Nomaden. Ganze Organisationen, auch Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, gesundes Essen, Yoga, Meditation, also alles so Dinge und kleine Tipps und Tricks, um eben möglichst produktiv leben und produktiv arbeiten zu können. Andere Herausforderungen, natürlich gibt es Herausforderungen, die dieses Leben mit sich bringen, fängt an bei Fragen, wie kommuniziere ich mit dem Kunden? Oder wie tausche ich Dateien aus? Oder habe ich auch eine große Zeitdifferenz zu meinem Kunden? Wie mache ich das? Oder auch Fragen wie, wo melde ich mich weiter an? Bleibe ich hier weiter gemeldet? Melde ich mich ab? Wie mache ich, wenn ich meine Kinder haben will? Mit den Steuern? All sowas. Und eine wichtige Frage natürlich auch, mache ich Urlaub von meinem Leben im Urlaubsstand? Und wie oft mache ich das? Das ist auch ein sehr großes Thema in diesem Bereich. Am Anfang ist die Euphorie immer sehr groß. Es wird sehr viel gereist, relativ wenig gearbeitet. Da merkt man irgendwann, es klappt nicht so auf Dauer. Es kommt meistens in eine Phase, wo sehr viel gearbeitet und relativ wenig gereist wird. Und das fängt sich dann meistens so ein bisschen ein. Eine weitere Herausforderung natürlich auch, wie oft sehe ich noch meine alten Freunde, die ich ja hier lasse, und meine Familie, die ich ja, wer will, gar nicht habe. Oder auch hier lasse, die andere Familie. Und Familie, auch ein spannendes Thema. Es gibt durchaus auch Familien, die dieses Leben so führen. Und die zum Teil mit bis zu sechs Kindern sogar um die Welt reisen. Die Kinder sind von Anfang an mit dabei. Die lernen die Sprache, lernen die Kulturen. Erweiteren ihren Horizont dadurch auch sehr. Und es geht dabei eben auch nicht in diese typischen Urlaubsregionen, die wir vielleicht so kennen, sondern auch in Länder wie zum Beispiel Iran oder Madagaskar. Also wirklich auch eher exotische Länder mit den Kindern. Manche reisen sehr viel mit ihren Kindern. Andere nutzen halt die Schulferien. Nachdem, wie man das eben persönlich regelt, ob man sich hier weitermeldet, ob man woanders sich anmeldet und hier eben abmeldet. Andere lassen sich beurlauben. Das geht auch für ein Jahr oder für eine gewisse Zeit. Und reisen entsprechend so. Es gab auch schon einige Pärchen, die auf Weltreise gingen, als Nomaden dann mit dem Baby zu dritt wiedergekommen sind. Also auch das gab es durchaus auch schon. Aber nicht nur Familien oder Paare können dieses Leben so führen, sondern auch ältere Leute. Das geht auch. Es ist gar nicht unbedingt nur für junge Leute gedacht. Es gibt auch ältere digitalen Nomaden, die vor allem, wenn dann die Kinder aus dem Haus sind, alles verkauft haben plötzlich. Viele nehmen sich ein Wohnmobil und reisen mit dem Wohnmobil dann und leben entsprechend in diesem Wohnmobil, arbeiten in diesem Wohnmobil und reisen dann damit. Also auch das funktioniert. Wäre es am Anfang von diesem Hype, sag ich mal, noch gar nicht so ein großes Thema war, es ist jetzt auf jeden Fall so, dass die digitalen Nomaden auch etwas zurückgeben möchten. An die Länder, in die sie reisen, an die Leute, die sie in diesen Ländern treffen. Und hier sieht man Markus und Feli, das sind die Gründer von dieser DNX, von dieser digitalen Nomadenkonferenz. Und die zwei unterstützen zum Beispiel ein Straßenkinderprojekt in Brasilien. Sammeln der Spenden waren da auch schon vor Ort und haben da Workshops gemacht und mit den Kindern eben zusammen was erarbeitet. Andere digitalen Nomaden spenden einen Teil ihrer Erlöse an gemeinnützige Projekte, zum Beispiel an Projekte für die Trinkwasserversorgung von Entwicklungsländern. Und es gibt Reisen, die sogar überhaupt erst für so einen gemeinnützigen Zweck angetreten werden. Da gab es teilweise so ein ganz spannendes Projekt, bei dem viele junge Leute mit dem Fahrrad von Berlin nach Indien gefahren sind, haben unterwegs Spenden gesammelt und haben dann in Indien Toiletten gebaut und sich dort eingesetzt. Also auch das gibt es. Also generell sehr viele verschiedene, vielfältige Ansätze, etwas zurückzugeben, an die Länder, an die Leute, die man da trifft. Ein Vorwurf, der doch den digitalen Nomaden öfter mal gemacht wird, ist der doch eher etwas unökologische Fußabdruck. Der entsteht, wenn man halt so viel mit dem Flugzeug reist. Dazu ist zum einen zu sagen, dass die digitalen Nomaden gar nicht so extrem viel mit dem Flugzeug reisen. Natürlich immer noch mehr als der Durchschnittsmensch, der hier seinen Job hat, klar. Aber sie arbeiten ja. Das ist ja kein typischer Backpacker, der nur auf Weltreise ist. Es wird ja sehr viel gearbeitet, auch in dieser Zeit. Das heißt, digitale Nomaden leben eher multilokal. Das heißt, sie haben drei oder vier Orte auf der Welt, die sie so ein bisschen einrichten, daher auch so ein bisschen Freundschaften entwickeln und reisen dann zwischen diesen drei oder vier Homebases auf der Welt hin und her. Und inzwischen gibt es auch die Möglichkeit, so eine Ausgleichszahlung zu leisten bei der Flugbuchung. Die richtet sich anhand der Länge, der Strecke der Flugreise. Und dieses Geld geht dann auch an umweltfördernde Projekte, zum Beispiel an Projekte für Solarenergie, Wind- oder Wasserkraft. Also auch hier wird durchaus versucht, etwas wieder der Umwelt auch zurückzugeben für diesen Lebensstil, der da entsprechend geführt wird. Jetzt habe ich schon einiges erzählt über das Generelle. Also wo arbeiten digitale Nomaden? Wie suchen sie sich den Ort aus? Was arbeiten die? Welches Leben führen die? Was sind die Herausforderungen dabei? Mit dieser Folie möchte ich zeigen, was es gar nicht diesen einen typischen digitalen Nomaden gibt. Genau wie in jeder anderen Bevölkerungsgruppe auch, gibt es eben sehr viele verschiedene Typen von Menschen, sehr viele verschiedene Persönlichkeiten, sehr viele verschiedene Businesses, die geführt werden und entsprechend eben sehr viele Variationen. Es gibt Leute, die mit ihrem Pony, wie ja schon erwähnt wurde, umherreisen. Das mache ich zum Beispiel. Und bin trotzdem digital unterwegs. Ich betreue eben meine Kunden dann währenddessen und in den freien Tagen. Dann gibt es Nomaden wie den Joe, den wir da oben rechts sehen. Der verkauft CDs, also seine eigenen Alben im Internet und macht Straßenmusik und macht dadurch Werbung für sich. Und er hat einen Transporter, wo er dieses Klavier rein und raus schieben kann. Mit dem Transporter fährt er dann von Ort zu Ort und macht da eben Werbung für sich, für die CDs, die er dann online verkauft. Und es gibt Nomaden, die wir hier unten sehen, links, wie zum Beispiel Nima und ihr Freund Steve, die leben und arbeiten in Horst, also Horst ist das Auto. Die haben sich das Oldtimer-Wohnmobil umgebaut und fahren damit durch Europa und leben und arbeiten eben in Horst, also in diesem Wohnmobil. Und es gibt so ein bisschen verrückte digitalen Nomaden, wie hier zu sehen, die Jessie unten rechts. Jessie ist gerade unterwegs, alleine, zu Fuß, von Hamburg nach Nepal. Also die wandert von Hamburg nach Nepal und hat jetzt gerade Istanbul erreicht. Also auch total verrückt. Und die ist Grafikerin und arbeitet entsprechend immer noch abends nach ihren Wanderungen oder in den freien Tagen. Also es soll einmal zeigen, es gibt sehr viele verschiedene Arten von digitalen Nomaden, sehr viele verschiedene Arten, dieses doch etwas andere Lebens- und Arbeitsmodell zu führen. Manche reisen total viel, andere reisen relativ wenig, sind eher wirklich multilokal oder eher an einem Ort. Andere haben Kinder, andere reisen ganz alleine, manche gehen nur surfen, andere arbeiten eben sehr, sehr viel. Ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Das ganze Thema steht für ein Unabhängigkeitsgefühl, dafür unabhängig leben und arbeiten zu können, das Leben so ein bisschen nach den eigenen Wünschen und Vorgaben zu gestalten. Und dafür ist das Modell einfach ziemlich gut geeignet. Dankeschön. Applaus